Die Wahrheit ist, dass für eine gutaussehende Frau 9 von 10 Männern da draußen einfach nicht in Frage kommen. Egal wie sehr sich diese 9 Männer um diese Frau bemühen. Das war vor 3000 Jahren so und ist heute nicht anders. Was ich sagen will ist, die nachhaltige Anziehung auf Frauen passiert komplett außerhalb vom eigentlichen Dating. Sie passiert dort, wo du dein Leben meisterst. Und wo du für dich selbst ein Höchstmaß an Stabilität anhäufst. Denn von diesem Kuchen wollen Frauen ein Stück abhaben. Nicht von deinen Fähigkeiten, wie du eine Frau auf der Straße ansprichst. Die hohen Ansprüche, die du also zu Recht hast, solltest du auf dich und deinen Lebenserfolg ummünzen. Anstatt zu verlangen, dass jede Frau auf dich abzufahren hat, nur weil du existierst und ein Mann bist. Wenn dir das gelingt, wirst du feststellen, dass ohne dass du das trainieren musst, du derjenige bist, der die Maßstäbe setzt und für den irgendwann 9 von 10 Frauen nicht mehr in Frage kommen werden. Komm in meinen Premium Bereich für mehr, wenn du magst. Der Link zum Gratiseinstieg ist unten in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Ciao.